Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Grob ist Ihr Kaffeespezialist mit einer grossen Auswahl an täglich röstfrischen Kaffeesorten. Jetzt läuft gerade das Festangebot an Jubilor Bohnenkaffee in den 500g und in den 250g Packungen. Und rechtzeitig für die Festtage kommt gut mit einer grossen Kaffee-Neuheit. Den Jubilor Bohnenkaffee gibt es jetzt filterfertig gemahlen. In dieser Frischhaltepackung bleibt der gemahlenen Jubilor und geöffnet noch sechs Wochen über das Verkaufsdatum aus aromafrisch. Falls Sie also für die kommende Festzeit noch Kaffee haben, denken Sie daran, Grob hat für jeden Geschmack den richtigen Kaffee. Und jetzt erst noch speziell preisgünstig. Und jetzt zum aktuellen Aktionsspot. Bei Grob gibt es bis am nächsten Dienstag die grosse Goldstar-Schwarzwälder-Torte aus feiner Rahmglasse an 1050g für nur 10.50. Die Rahmglasse Nougat-Torte an 450g für nur 5.90. Vier von diesen Goldstar-Rahmglasse-Tortenstücken, Vanille Noisette, in der 300g Packung, kosten nur 3.20. Oder die 400g Familienblock-Schwarzwälder-Rahmglasse gibt es jetzt sogar für 1.95. Zwei Gläser an 400g Midi-Delikatesse-Gurken kosten nur 2.30. Und 500g Bonchur-Pflanzen-Margarine mit 10% Butter, nur noch 2.00. Einen halben Liter uprisierten Kaffee-Rahm kommen Sie bei Coop jetzt für 2.15. Und auch der uprisierte Vollrahm ist speziell günstig. Ein Viertelliter kostet nur 2.35 und ein halber sogar nur 4.40. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt aber zu der Weihnachtszieherung für unseren 5000-Franken-Wettbewerb. Wir haben die Hauptgewinnerei von der letzten Verlosung zu unserem Studio eingeladen. Guten Abend, Frau Haussmann. Guten Abend, ich habe es für Genüge, Ihnen einen 1000-Franken-Scheck zu überreichen. Herzliche Gratulation. Und jetzt, Frau Haussmann, dürfen Sie noch den neuen Hauptgewinn von 1000-Franken-Haushaltungsgeld ziehen. Bitte schön. Danke, Frau Haussmann. Es ist Frau Müller-Wurmann, Hinterlindenweg 5 in Reinhach. Wir gratulieren ganz herzlich. Sie wissen ja, es gibt neben dem Hauptgewinn von 1000-Franken noch 4x 500-Franken-Haushaltungsgeld zu gewinnen. Und alle Gewinner werden persönlich für Nachrichtungen. Und jetzt wünschen wir Ihnen eine schöne Weihnacht. Und ein gutes Neues. Und auf Wiedersehen miteinander. Nicht am nächsten Mittwoch. Sondern am nächsten Freitag. Am 30. Dezember, am Viertel ab 8. Nach der Tagesschau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018